Nussdorf ist bis zur Eingemeindung 1890-92 eine eigenständige Gemeinde. Der Name leitet sich tatsächlich von Nussbäumen und Haselnusssträuchen ab, die in früheren Zeiten hier zahlreich wachsen. Urkundliche Belege weisen unübersehbar und zwingend darauf hin. Der Ort Nussdorf wird bereits 1081 urkundlich erwähnt. Damals erhält Markgraf Leopold von Österreich Fogt des Bistums Passau von diesen drei Höfe und 70 Hörige, darunter einen zu Nussdorf als Lehn. 1194 findet sich der Name Nussdorf im Saalbuch von Stiff Göttweg. Der Nutzperg wird 1226, der Nutzpach, der Nussbach, später Schreiberbach, wird 1297 erstmalig erwähnt. 1324 findet sich Nutzdorf am Nutzperig. Im 14. bis 16. Jahrhundert wird der Nussberg auch als Monte Nuckum, ein Berg voller Nüsse, bezeichnet. Auch die alten Siegel der Gemeinde zeigen einen Baumstrunk, aus dem rechts und links je ein Zweig mit Blättern und Nüssen hervorwächst. Im Mittelalter sind die Bewohner Bauern, die im Wesentlichen für den Eigenbedarf produzieren, für den Verkauf wird Wein, aber auch Obst angebaut. Auch der Fang von Krebsen und Fischen im westlichsten Arm der Donau entspricht der heutigen Heiligenstädter Straße, spielt eine Rolle. Der ursprüngliche Ortskern wird im Bereich Kleinergasse mit den Einmündungen der Hammerschmidgasse, der Sickenberggasse und der Kahlenberger Straße vermutet, da dieser Bereich am ehesten einer mittelalterlichen Dorfstruktur entspricht. Nach dem Namen der Siedlung benennt sich ab dem 12. Jahrhundert das Geschlecht der Herren von Nutzdorf, die Herren von Nutzdorf, die seit Leopold dem heiligen Markgräfliche Forstmeister sind. Dieses Geschlecht stirbt am Ende des 14. Jahrhunderts mit Otto Spahn den Nutzdorf aus. Neben dem nahen Stiftklosten Neuburg besitzen weitere Klöster und Stifte, schon früh Weingärten in diesem Gebiet. Durch den Weinbau kommt Nutzdorf zu Wohlstand. Neben dem Weinbau ist das Fährrecht, das heißt das Recht zum Transport von Waren und Menschen über die Donau, eine wesentliche Einnahmequelle. Am Donauufer entsteht deshalb der kleine Ort Urfa, abgeleitet vom mittelhochdeutschen Wort Urfa, das Anlegestelle und Überfahrt bedeutet. Der Name Urfa findet sich zum Beispiel noch im Linzer Stadtteil Urfa. Durch den Bau der ersten großen Donaubrücke 1439 verliert dieser Ort völlig an Bedeutung und verschwindet schließlich zur Gänze. Auf der Höhestadt Wien ist die Donau schon so verzweigt und versumpft, dass ein Übergang nicht möglich ist. Im Juli 1439 erteilt daher König Albrecht II. den Wienern das Recht zum Bau einer Brücke, die als mehrteiliges Bauwerk die bei Nutzdorf beginnenden Hauptarme der Donau überspannen soll. Diese Brücke ist die erste Donaubrücke des Herzogtums Österreich. Weitere Brücken folgen bei Kremsmautern 1463, in Linz 1479 und Mauthausen bei Enz 155. Ein weiteres Standbein der Nussdorfer Wirtschaft ist lange Zeit der Nussdorfer Hafen. Seit dem 16. Jahrhundert ist er der wichtigste Donauhafen Wiens, da die dahinterliegenden Schifffahrtsrinnen sehr schmal sind. Die Waren werden hier von größeren Schiffen und Flüssen auf kleinere Schiffe oder Wagen umgeladen und nach Wien gebracht. Da sich die Händler längere Zeit in Nussdorf aufhalten, entstehen zahlreiche Gaststätten und Herbergen. Eine Mautstelle wird 1675 eingerichtet. Handels- und Umschlagplatz ist der heutige Nussdorfer Platz. Durch die Donauregulierung 1870 bis 1875 verliert der Hafen aber bald seine Bedeutung. Das Video Der lange Weg bis zur Donauregulierung beschäftigt sich ausführlich mit dem zeitlichen Ablauf bis zur Donauregulierung Ende des 19. Jahrhunderts. Wie die umliegenden Dörfer leidet auch Nussdorf schwer unter den Zerstörungen durch die ungarischen Truppen des Matthias Corvinus. Schwere Zerstörungen fordern ebenso die Türkenbelagerungen 1529 und 1683 sowie die Plünderungen der Franzosen 185 und 189. Kann sich der Ort von diesen Zerstörungen immer nur sehr schwer erholen, entstehen dennoch über die Jahre zahlreiche Wirtschaftsgebäude. In 15 Freihöfen leben Kleinadelige, die jeweils selbstständige Grundobigkeiten bilden und gegenüber der Grundherrschaft abgabenfrei sind. Eines der ältesten Gebäude, der Neudecker Hof, existiert heute noch. Der Neudecker Hof, der Name leitet sich vom Terminus im Neideck ab, befindet sich an der Adresse Hackenhofergasse 1, Kleinergasse 51. Im Neideck ist eine im Mittelalter öfters vorkommende Geländebezeichnung, die sich vermutlich auf Straßen und Wehgabelungen bezieht. Der Hof wird 1577 errichtet. Der Sage nach soll hier ein Nonnenkloster gestanden haben. 1683 dürfte der Neudecker Hof in der Schlacht am Kahlenberg während der zweiten Wiener Türkenbelagerung erheblich beschädigt worden sein. Aus der Datierung eines Dachbalkens geht hervor, dass das Gebäude 1684 renoviert und erweitert wird. Mit zunehmender Bekanntheit von Nussdorf als Weingegend wird die Umgebung des Neudecker Hofs bald zum Ausflugsziel der Wiener in der Monarchie. Ist das Gebäude einst im Besitz der Dominikaner, kommt es von 1901 in den Besitz der Familie Lerch und wird als Gasthaus zu den drei Adlern bekannt. Im 20. Jahrhundert erfährt der Neudecker Hof mehrere Besitzerwechsel und wird unterschiedlich wirtschaftlich genutzt. Das Anfang des 18. Jahrhunderts erbaute Sickenbergschlösschen, auch bekannt unter den Namen Nussdorfer Schlösschen oder Maria Theresenschlössl, ehemals im Bereich Sickenberggasse 1, wird 1959-1960 wegen angeblicher Bauschäden abgerissen. Eine an dieser Stelle 1428 errichtete Mühle wird in den Jahren 1712 bis 1716 von einer habsburgischen Erzherzogin möglicherweise nach Plänen von Lukas von Hildebrandt umgebaut. Allegorische Fresken in zwei Sälen werden Johann Georg Schmid zugeschrieben. Das Schlösschen wird auch mit Kaiserin Maria Theresa in Verbindung gebracht. Nach zahlreichen Besitzerwechseln wird das Gebäude von Hugo Stern erworben, der ab 1920 eine umfassende Restaurierung vornehmen lässt. 1926 wird im Schlössl eine Parteihochschule zur Ausbildung von Funktionären der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutsch-Österreich eingerichtet. Den Zweiten Weltkrieg übersteht das Schlösschen ohne nennenswerte Schäden. Auf die Arisierung und die darauf folgende Behandlung als deutsches Eigentum durch die sowjetische Besatzungsmacht ist das Schlösschen nach 1945 für Zwecke der Kommunistischen Partei Österreichs zurückzuführen. Wird das Sickenberg-Schlösschen im Dehiju-Kunstführer von 1954 unter den profanbauten Nussdorfs noch an erster Stelle genannt, kommt es 1959-1960 zum Abbruch, der durch Gebäudeschäden begründet wird. Das Leher-Schicker-Nederschlössl in der Hakenhofergasse 18 ist ursprünglich der Königstädter Freihof, der nach mehreren Besitzerwechsel 1737 in den Besitz von Hofkamerad Joachim Georg Schwandner kommt. Joachim Georg Schwandner lässt den Freihof umbauen und gibt ihm im Wesentlichen sein heutiges Aussehen. Nach weiteren Besitzerwechsel 1756 bis 1779 ist das Haus unter anderem im Besitz des kaiserlichen Leibarztes Paul Michael von Zwenkhof, 1779 bis 1785 in jenem des Feldmarschalls Wilhelm Freier von Kettler. Von 1802 bis 1812 wohnt hier mit Unterbrechungen Emanuel Schikaneder, Librettist von Mozarts Die Zauberflöte. Nach weiteren Besitzerwechsel erwirbt Franz Leher die Immobile, die er bis 1944 bewohnt. 1948 stirbt Franz Leher und vermacht den Besitz seinen Bruder, dem Generalmajor und späteren Musikverleger Anton Leher. Anton Leher lässt das Gebäude wieder instandsetzen und mit Erinnerungsstücken an seinen Bruder Franz neu aufstatten. Anton Freier von Leher besitzt das Schikaneder-Schlüssel bis 1962. Der Salon im Obergeschoss beherbergt Gemälde, Fotos und Schriftstücke zur Erinnerung an beide Künstler sowie auf zahlreiche Erinnerungsstücke an Anton Freier von Leher. 1787 erhält Nussdorf eine eigene Pfarrkirche. In Nussdorf wird bereits 1411 eine gotische Kapelle erwähnt, die dem Apostel Thomas geweiht ist. Sie steht im Bereich Sickenbergklasse 2 und wird im Laufe der Jahrhunderte mehrmals umgebaut und erweitert. Bis zu den josefinischen Reformen gehört Nussdorf zur Pfarrerheiligenstadt. Im Zuge dieser Reformen wird schlussendlich auch Nussdorf im November 1783 zu einer eigenen Pfarrer erhoben. Josef II. löst zahlreiche Klöster auf und verwendet das durch die Aufhebung einiger Ordensgrundherrschaften eingezogene Vermögen zum Ausbau des Pfarrwesens. Über die Zusammenhänge zwischen der Pfarrerheiligenstadt, den späteren eigenständigen Pfarrern Sievering, Töbling sowie Nussdorf und der josefinischen Reformen geht das Video Heiligenstadt-Josesdorf näher ein. Das der Pfarrer vorstehende, Stiftkloster Neuburg, kauft 1785 das sogenannte mehlmesserische Haus auf dem Neusiedel und baut das mehlmesserische Wohnhaus zu einem Pfarrhaus um. Der Mehlmesser ist eine Hilfskraft des Metzenleiers, die das Mehl beim Verkauf mit der Metze einem Hohlmaß für Getreide und Mehl abwiegt. Anstelle des Presshauses wird die neue Pfarrkirche errichtet, heute im Bereich Kreinergasse 25. Die Kirche wird von Josef Reimund nach Plänen des K.K. Hofbaumeisters Josef Gerl ausgeführt. Am 18. November 1787 wird die neue Kirche eingeweiht. Die Thomas-Klapelle wird 1790 durch einen Brand beschädigt und vermutlich noch 1790 in das benötigte Schulhaus umgewandelt. 1965 wird dieser Bau schließlich abgetragen. Bei der Pfarrkirche Nussdorf handelt es sich um einen schlichten und für die damalige Zeit typischen Bau. Die Mensa des Hochaltars, die Kommunionbank und die Sitzbänke stammen aus der aufgelassenen Kirche der Augustiner Chorherrn in der Dorothea-Gasse. Das Hochaltarbild zeigt den ungläubigen Thomas, ein Gemälde von Paul Haubensticker aus dem Jahre 1787. Wertvollstes Objekt der Kirche ist der klassizistische Tabernakel des bekannten Architekten Josef Kornhäusl aus der Biedermeierzeit. Weinbau macht, wie bereits vorhergehend erwähnt, die Nussdorfer Wohlhaben. 1820 sind mehr als die Hälfte der Nutzfläche mit Weingarten bedeckt. Es gibt aber auch eine erfolgreiche Bierbrauerei. 1819 wird die Nussdorfer Brauerei im Bereich der Hackufergasse 9 errichtet. Das Brauereigebäude wird ursprünglich 1690 vom Jesuitenorden als Kollegium für Studenten der Theologie erbaut. Nach der Auflösung des Ordens 1713 dient das Gebäude in der Folge als Wafendepot. 1819 kommt das ehemalige Jesuitenkollegium in den Besitz von Franz Xaver Bosch. Teile des Kollegiums, wie zum Beispiel die ehemalige Kapelle, werden erhalten und in die neu gegründete Brauerei integriert. Bosch ist als Bierbrauer erfolgreich. 1842 errichtet Franz Xaver Bosch in der Eichelhofstraße 3 den Bockkeller, dazu einen Biergarten und einen hölzernen Aussichtsturm mit Blick auf die Donau und den Wienerwald. Der Turm brennt im Zweiten Weltkrieg ab. Über die Jahrzehnte ist das Unternehmen äußerst erfolgreich und wird laufend modernisiert. 1890 wird das erste, überhaupt in Brauereien existierende Arbeiterwohnhaus errichtet. Im selben Jahr kommt ein weiterer Braugasthof zur Goldenen Rose am Nussdorfer Platzachter zu. 1893 wird ein zweites Arbeiterwohnhaus für die verheirateten Arbeiter erbaut, mit 20 Wohnungen, zu denen jeweils ein kleines Gärtchen gehört. Bis 1908 ist die Brauerei im Familienbesitz. 1908 wird das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. 1950 von der Brauerei Schwächert übernommen und der Betrieb in Nussdorf eingestellt. Heute erinnert in Nussdorf die Bachofenkasse und die Bockkellerstraße an die Nussdorfer Bierbrauerei. 1870 wird die Franzosesbahn am rechten Donauufer eröffnet. Die Franzosesbahn verbindet ursprünglich Wien mit Eger, heute Chep in der Region Karlsbad, Tschechien und wird von der KK-privilegierten Kaiser-Franzosesbahn erbaut und bis 1884 von dieser Gesellschaft betrieben. Die KK-privilegierte Kaiser-Franzosesbahn, kurz KFJB, deren Streckennetz in den Kronländern Niederösterreich und Böhmen liegt. Die Hauptverbindung der Gesellschaft verläuft von Wien über Gmünd, Budweis und Pilsen nach Eger. Eine Zweigstelle von Gmünd stellt zudem eine direkte Verbindung von Wien nach Prag her. Initiator der Bahnlinie ist der Großgrundbesitzer und Diplomat Johann Adolf II. Fürst Schwarzenberg, der vom Pilsner Becken Steinkohle nach Wien transportieren will. Der Spatenstich der 455 Kilometer langen Bahnlinie zwischen Mien und Eger findet am 18. November 1866 nahe dem Mayerhof Wondro bei Schloss Frauenberg in Tschechien statt. Die veranschlagten Baukosten von 81.576.600 Gulden werden über eine Aktiengesellschaft aufgebracht. Das erste Teilstück zwischen Pilsen und Budweis wird am 1. September 1868 eröffnet. Am 1. November 1869 ist die Teilstrecke Budweis-Eggenburg fertiggestellt. Am 23. Juni 1870 wird die Strecke von Eggenburg nach Wien in Betrieb genommen. Der Bahnhof Nussdorf wird gleichzeitig mit der Inbetriebnahme der Franzoseßbahn auf dem Abschnitt Eggenburg-Wien am 23. Juni 1870 eröffnet. Das ursprüngliche Aufnahmegebäude wird 1900 durch einen großzügigen Neubau ersetzt. Für diesen Neubau wird die Bierhalle Nussdorf das ehemalige Lamberg-Schlüssel 1889 abgetragen. Das reizvolle zweistöckige Schlösschen mit Mansarden-Wallendach wird ursprünglich 1750 vom Fürsten Franz Anton von Lamberg errichtet. Im Hinblick auf die Weltausstellung 1873 ist eine Zahnradbahn von Nussdorf ausgehend auf den Kahlenberg geplant. Aufgrund diverser Formalitäten verzögert sich jedoch der Baubeginn der Bahn und somit auch die Eröffnung der Bahn bis nach der Weltausstellung. Nichtsdestotrotz macht die Zahnradbahn auf den Kahlenberg-Nussdorf im 19. Jahrhundert zu einem beliebten Ausflugsziel der Wiener. Die Zahnradbahn auf den Kahlenberg ist von 1874 bis 1919 in Betrieb. Im Juli 1885 wird zur Verbindung Wien-Nussdorf die knapp 4,4 Kilometer lange Dampftramweil-Linie Nussdorfer Strecke vom Weringer Gürtel ab Sternmattestraße über Heiligenstädter Straße und Lichtenwerderplatz nach Nussdorf in Betrieb genommen. 1903 wird die Linie von der Gemeinde Wien übernommen und elektrisch betrieben, seit 1907 mit der Bezeichnung Linie D. Zum Thema Kahlenbergbahn sowie zum Thema Geschichte der Wiener Straßenbahn erzähle ich mehr in dem Video Kahlenbergbahn und Drahtseilbahn Leopoldsberg und dem Video die Wiener BIM von 1840 bis 1938. 1878 treten in Nussdorf zum ersten Mal die Brüder Johann und Josef Stramml mit dem Kontragitarristen Anton Strohmeier unter den Namen die Nussdorfer auf. 1892 wird Nussdorf gemeinsam mit den benachbarten Wiener Vororten Sievering, Grenzing, Obertöbling, Untertöbling, Heiligenstadt und dem Kahlenberger Dorf zu Wien eingemeindet. 1894 beginnt der Bau der heute denkmalgeschützten Nussdorfer Wehr- und Schleusenanlage an der Abzweigung des Donaukanals von der Donau. Bevor die Wehr- und Schleusenanlage in Nussdorf erbaut wird, schützt das von Wilhelm Freier von Engert konstruierte Schwimmtor den Donaukanal vor Treibais und vor Hochwässern. Nach der Fertigstellung des Nussdorfer Wehrs bleibt das Schwimmtor, das bisher den Donaukanal geschützt hat, noch bis in den Ersten Weltkrieg im Dienst. Verschrottet wird es erst 1945. Die Wehr- und Schleusenanlage Nussdorf und das Kaiserbad Wehr sind die einzigen wasserbautechnischen Bauwerke, die für die Verwirklichung eines geplanten Hafens im Donaukanal in die Realität umgesetzt werden. Die beiden weiteren geplanten Wehr- und Schleusenanlagen sollten bei der Ostbahnbrücke und unmittelbar vor dem Freud-Nauer Hafen errichtet werden. Notwendig wird der Bau dieser Anlage einerseits, um die Neubauten am Donaukanal wie die Stadtbahn, die Sammelkanäle und später der Hafen vor Hochwässern und Eisstößen zu schützen, andererseits aber für die Schifffahrt genügend Wasser in den Kanal zu lassen. Das Schwimmtor von Wilhelm Freier von Engert erfüllt zwar den Schutz vor Eisstößen zu Friedenstellen, die laufende Wassermenge lässt sich damit aber nur sehr schlecht regulieren. Das Nussdorfer Wehr wird zwischen August 1894 und 1899 errichtet. Die Mauerwerke werden 1897 fertiggestellt und im August 1898 die Montage der Stahlkonstruktionen durch die Firma Albert Milde. Das Verwaltungsgebäude und das Kettenmagazin folgen 1899. Als künstlerischer Beirat der Kommission für Verkehrsanlagen in Wien erarbeitet Otto Wagner die Pläne für die architektonische Gestaltung des Wehrs mit der Schemelbrücke, seinen Nebengebäuden und möglicherweise auch die Schleusenanlage, während die technische Erplanung von Sigmund Hausig stammt. Aufgrund der exponierten Lage an der Abzweigung des Donaukanals von der Donau zum Stadtzentrum von Wien sieht Otto Wagner das von ihm gestaltete Wehr als Stadttor und stattet es dementsprechend repräsentativ mit machtvollen Pylonen aus, die Löwenfiguren, abgeleitet von chinesischen Mächterlöwen aus Bronze von Rudolf Weiher tragen. Diese Löwen waren Modell für das Firmenlogo von Gräf und Stift. Auf die Firma Gräf und Stift, die ihren Stammsitz in Sievering hat, gehe ich in dem Video Sievering historisches Wien näher ein. Baubeginn für die Nussdorfer Schleuse ist ebenfalls im August 1894. Errichtet wird nicht nur die Kammerschleuse, sondern neu anzulegen war auch der Kanal. Die Schleuse ist bis heute in Betrieb. Die Schleuse ist bis heute in Betrieb.